Haben Sie schon mal einen größeren Haufen Bekloppte gesehen, als die, die auf dem Gesellschaftsabend von Eponsi und Schöller zusammenkommen? Die fühlen sich frei und lassen sich richtig jähnen. Dann jettet noch den Professor Bernhardi. Der reist um die ganze Welt wie in der Wissenschaft. Sagt er. Ich habe alles gesehen. Überall geschlafen. Luxushotel in Bayern, Lagerfeuer bei den Apachen, Hängematte im Dschungel. Ich schlafe wie ein Bär. Ich erzähle Ihnen mein jüngstes Abenteuer. Tropenacht, Hängematte, tierischer Lärm der Bildnis, plötzlich ganz nah brüllen. Ich springe auf, greife zur Flinte und habe Löwen im Pyjama erschossen. Sie sehen, das ist eine ganz schnell bekloppte Runde hier. Kommen Sie doch mal vorbei auf den Gesellschaftsabend von Eponsi und Schöller. Das gibt Ihnen die Gelegenheit, mitten unter Sie zu sein. Ich schwöre Ihnen, Sie fallen ja nicht auf. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020